Tim, hinter euch liegt eine lange Trainingswoche jetzt. Letzt Samstag gespielt. Vorbereitung auf Düsseldorf laufen. Wie lief es bisher bei euch? Ja, ganz gut. Wir hatten intensive Trainingstage, aber ich denke mit dem nötigen Spaß auch, wie man heute gesehen hat. Die Bedingungen sind natürlich sehr gut hier mit dem Wetter und dem Superplatz, den wir hier vorfinden. Von daher konnten wir uns optimal auf Düsseldorf vorbereiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für dich ist es ein bisschen die Rückkehr in die Heimat. Du kommst aus Neuss, ganz, ganz nah an Düsseldorf dran. Am Sonntag feierst du Geburtstag. Wie sieht dein persönlicher Wunsch für den Montagabend aus? Ja, ganz klar. Ein gutes Spiel in erster Linie von uns und natürlich nach Möglichkeit auch mit drei Punkten nach Hause zu fahren.